Pura Vapadasana, wörtlich die Vorderfußstellung, ist ein fortgeschrittenes Asana für die Flexibilität der Hüften. Insbesondere hilft es der Rotationsflexibilität. Bringe entweder einen Fuß nach dem anderen auf den Nabel und die Fußsohlen auf den Bauch, bis die Zehen zu dem Brustkorb hinkommen oder bringe beide Füße auf einmal zusammen. Wenn du dann kannst, und das wird jetzt Fabian nicht vormachen, gib die Knie auch noch auf den Boden, halte den Rücken gerade und wenn du dann so weit bist, dass die Fußsohlen von selbst auf dem Bauch und Brustkorb sind, dann gib die Hände auf die Knie. Probier es mal aus und wenn du es kannst, schreib es in die Kommentare. Ansonsten ist es gut, das zu probieren. Wenn du nämlich probierst, die Fußsohlen zusammen auf den Brustkorb und Bauch zu bekommen, hilft das der Lotus-Flexibilität ganz hervorragend.